Oh, mach mal, kommst du doch wahrscheinlich ins Gegner-Team. Joa, bin ich auch. Ich hab den Vorteil, dass wir uns am Spawn jetzt haben. Ja, guten Abend. Joa, Alter, was ist das? Was, Männer, sind wir euch am Spawn? Gehst du am Aufnehmen? Ja. Oh, Gott. Ich zieg mich. Oh nein, ich hab die Mille. Oh nein, ich hab die Mille. Ey, gut, gut, gut. Ach, zieh uns. Oh nein, ich hab die Mille. Oh nein, ich hab die Mille. Oh nein. Haha. Ich hab die Mille. Musik Bis zum nächsten Mal. 0 zu 3, ey, wie peinlich. So, der 16, quatsch. Die hocken die oder nicht? Ja, tun sie. Okay. Du jetzt auch, oder? Ja. Kommt wahrscheinlich schon oben da. Ey, yo, alter. Wie geht das? Hilfe, die hat keine Reichweite. Also, Medic ist schon mal oben. Ey. Iceman beim Bombenkoffer holt ihn sich jetzt. Sprengkopf gesichert. Sprengkopf gesichert. Kannst. Und dann gibt's gleich goldene Fahrer. Bei mir sind normale. Och, komm, du bist doch nicht so ein Move, alter. Mit mir geht man nicht hoch, okay? Hahaha. Ganz versinne. Errobert den feindlichen Sprengkopf und bringt ihn zu unserem Stützpunkt zurück. Runde beginnt. Tja, der Mann, der schluckst du und verfickte Headshots, Mann. Das macht keinen Spaß, ne. Oben zwei. Schaut mir lieber, ob ich euch retten kann. Nein, mach nicht, mach nicht, stellst direkt oben. Nein, hat unser Team eliminiert. Ja, genau. Bring den Sprengkopf zu unserem Stützpunkt zurück. Runde beginnt. Ja, genau, Iceman. Ice? Iceman ist bei meiner Leiche gerade irgendwo unterwegs gewesen. Nee, warte, ich hab da jetzt nichts ausgerüstet. Ein paar Tüten kann ich mit dem Teil auch. Unterirden kann ich das ausgerüstet. Warte noch zu dir. Hardscoped. Kommt raus. Er kommt. Nice. Nice. Der Dörfshaker-Aimer ist scheiße. Hm. Der regeneriert weniger als Kriegswerden. Lass mal einer mit hochgehen. Warte. Ja, klar, Alter. Alter, äh. Was wascht er durch den Spawn? Ist er behindert? Iceman. Sehr schön. Ich tippe, was du auf das Thema so guckt. Mhm. Wahrscheinlich rechts in der Ecke. Jetzt lass mich mal kurz die Linie überlegen. Jo. Runde beginnt. Fuck. Die Runde geht an uns. Erobert den feindlichen Sprengkorb und bringt ihn zu unserem Stützpunkt zurück. Müsst du wieder deine Mine hinlegen? Runde beginnt. Ja. Ja, deine war letztens gerade fail. Nicht, dass der jetzt wieder durchrascht und belegen durchkommt. Jo. Nach fünf jetzt, äh. Ist er tot. An meiner Leiche. Fuck. Von hinten auch. Kann man den da mit dem anderen betreuen? Sorry. Ich bin. Ich bin. Schuhe. Ich bin. Kann man den da mit dem anderen betreuen. Ich bin. Ich bin. Ich bin.